Aha. Bleib mal hocken, Frau. Ich will mich bloß kurz umgucken. Nicht, dass wir hier noch mehr machen müssen. Obwohl hier eigentlich nichts sein dürfte. Also ein Schrank zum Verstecken, juhu. Und das, was wir brauchen, haben wir ja schon in unseren Händen. Glaube ich, hoffe ich. Und das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist zum allerersten Mal eine andere Taste. Was denn nun? Jetzt ist es die richtige Taste. Hä? Okay, irgendwie scheinen die Geister... Hier Kraft zu geben oder zu beschützen? Okay, ich hoffe, dass das jetzt keine vorgegebene Reihenfolge... Also erst die... Nein! Warte... Nummer auf Nummer sicher zu... Nein, ich komme hier nicht durch, ne? Ah! 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 Scheiße! Okay. Okay. Es fühlt sich ein bisschen nach Endkampf an. Kann ich jetzt schon mal sagen. Und das könnte eventuell lange dauern. Das Ding ist, ich glaube, theoretisch geht die Folge schon fast eine halbe Stunde. Und ja, ich weiß. Der sich nervt vielleicht ein bisschen mit meiner auf der Folge Rumreiterei. Aber normalerweise, so schnell wie die sich bewegt, habe ich ja gar keine Zeit. Also kann sein, dass ich auch zwischendurch mal geschnitten habe und euch nicht verabschiedet habe, so wie bei den anderen Malen, wenn es zu lange dauert. Besser. Das Ding ist, wir haben einen Schrank, aber ich glaube nicht, dass der mir sehr nützlich sein wird. Ich würde es mal probieren, aber die sieht mich halt sofort. Die sieht auch, wenn ich in den Schrank rein renne. Und hier komme ich auf jeden Fall erstmal nicht raus. Die lässt mich dann zwar raus... Ja doch, ich komme hier raus. Okay, das beschützt sie auf jeden Fall. Das sind erstmal nur zwei. Und hier ist der dritte, wo ich noch nicht reinkomme. Ich muss also einen wählen. Wählen. Ich kann es ja erstmal so versuchen und von wegen mal auch schnell machen. Toll, bin bescheuert. Hm? Nein! Alter, machst du mal hin, Junge! Vielleicht reicht das aus. Mach hin, Typ! Mit seiner Alarmgearschigkeit, ey. Ich würde gerne mal wissen, ob es irgendeinen Spieler gab, den das Ding aufgeregt hat. Problem ist, die ist immer noch da drin. Ich hätte wieder gleich reingehen sollen, ne? Komm, 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 komm! Hä? Das geht fucking noch mal immer noch nicht. Warum sind die immer noch da? Und wo ritt die Alte rum? Oder muss ich einfach schneller wie die sein? Bei denen klappt das ja. Die bewegt sich auch nicht so schnell wie vorhin. So, das habe ich jetzt gelb gemacht. Und sie wird mich gleich kriegen. Ich höre es schon. Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit mit deiner Kacke da. Weil ich habe gedacht, dann geht's ja vielleicht erstmal zum nächsten wieder. Ja, er ist wirklich am Arsch. Halt, 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 warte, 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 warte. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Finger weg. Ach, zu spät. Scheiße. Der Papierfigur. Was haben die eigentlich mit der Papierfigur? Was für eine Papierfigur? Das ist doch wahr. Ich kann halt jetzt einfach bloß halt schätzen, ne? Gut, dass der Sound nachhängt. Okay. Ich kann die so gesehen markieren. Also, müsste ich mal gucken. Die erste, die ich genommen habe, dann ist sie ja reingestürmt. Vielleicht müsste ich halt gucken, dass alle passen. Oder dass alle gelb irgendwie sind. Das war, glaube ich, gelb gewesen. Weiß ich nicht. Soll es mir das nicht funktioniert? Keine Ahnung. Weil das sind ja so gesehen die Schutzwelle, die ich erstmal killen muss. Wir fangen mal mit dir an. Ich hoffe, es ist einfach bloß so, dass ich wirklich schnell genug sein muss. Bevor die ihre Schutzdinger da wieder, naja, aufbaut. Okay, das ist gelb. Schnell mal rüber. Ich würde gerne wissen, ob die dann immer noch gelb ist, wenn die dran ist. Oh, aber... War es glaube ich nicht. Gut. Die ist schon mal mehr oder weniger geheilt, was kacke ist. Aber vielleicht muss das am Anfang auch so sein, damit es ein bisschen schwerer ist. Ich hoffe, die kümmert sich jetzt mal um die andere Truse, bevor sie so entzieht. Okay, sie befreit sich da wirklich jedes Mal. Jetzt dürfte diese... Die draußen... Äh, voll... Nein! Ach, scheiße, 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 warte mal. Na, nimmst du jetzt wohl endlich die... Bloß, weil ich den fucking falschen Knopf gedrückt habe. Ich habe dir also wieder Zeit verschafft. Das ist scheiße. Okay. Okay. Warum ist die jetzt auch schon... Ne, die ist nicht befreit. Die ist noch... Die ist nicht befreit. Ich kann sie auch nicht anwählen. Also... Was du wolle. Das ist ein spannender Einkampf. Ich muss halt bloß... Schnell genug sein, eigentlich. Was ein bisschen schade ist. Oh, jetzt gleich wieder zu der. In der Hoffnung das. Nein! Ich muss das halt so hinkriegen... Boah! Dass er gerade auf dem Weg nach draußen ist. Weißt du? Und draußen muss da... Muss das noch aktiviert sein. Glaub ich... Glaub ich... Also wäre... Wäre jetzt so meine... Meine Strategie. Okay, die ist noch. Aber jetzt verfolgt die mich. Das ist scheiße. Ich muss das noch nicht befreit. Ich muss das noch... Aber jetzt... Ich muss das nicht befreit. Wir müssen alleкой... Vielleicht mache ich auf jeden Fall nur die falsche Reihenfolge. Okay, die ist da nicht mehr. Die geht jetzt da rüber. Dann mache ich jetzt nochmal das, weil draußen müsste jetzt safe sein. Ich habe bloß ja das Gefühl, ich muss hier schnell genug sein, bevor sie jetzt die andere da wieder... Also ich sag mal so, wenn das nicht bald aufhört, ich werde den, glaube ich, den Endkampf nicht schneiden. Ich würde sagen, ihr seht da meinen finalen Durchlauf, weil das möchte ich euch nicht noch weiter antun. Das ist aber auch Rutze. Also, ja, bis gleich. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Gnade dieser Welt soll dir im nächsten Leben gewählt werden. Halt die Fresse. Oh Gott. Cool. Was ist das? Schlüssel. Geil. Oh, nee, ey. Ich meine, dass die hier so rumgelatscht sind, ne? Wenn die Fälle mal verfolgt haben. Ja, konnte man doch irgendwie mit leben, auch wenn man dann länger mal im Schrank irgendwie sitzen musste. Oder ich, Gott sei Dank, das geschafft habe, mir mal zum Speicherpunkt zu kommen. Relativ schnell. Aber das gerade eben, das war... Oh, ey. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich genau dran gesessen habe. Wahrscheinlich dreiviertel Stunde oder dreiviertel Stunde oder so. Ich muss halt wirklich bloß schnell genug sein. Es ist aber trotzdem, ey. Wollte erst mal speichern, damit wir die Scheiße haben. Äh. Was habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Schlüsselkette. Äh. Äh. Warte mal, wir hatten doch... Also letzter Ausweg, den ich wählen würde, wäre wahrscheinlich nach oben gehen. Aber wir hatten doch hier irgendwo... Noch eine... Ah, hier. So. Kann ich sogar nutzen. Schön. Auf den... Ach, stimmt ja. Wir suchen ja unsere Tochter noch. Voll vergessen. Ist das nicht der Typ, der durch die Wand kommt? Aber warte mal. Vorher. Weil ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Aber vielleicht ist es auch jetzt so vorbei. Ich meine, wir hatten schon einen fiesen... ekelhaften... nervigen... Bosskampf gerade. Deswegen dachte ich, das würde es jetzt gewesen sein. Und welcher... Was ist das? Okay. Der Herr liebt seine Frau wirklich, um sie glücklich zu machen. Und der hier... Der eine Theatergruppe im ersten Stock. Oh, cool. Sehr nice. Hab ich jetzt eigentlich alle... Warte mal, ich muss mal gucken. Äh. Da haben wir immer noch Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob wir da noch alles finden können. Tagebücher fehlen auch noch Haufen. Also Sechse. Echt, wie es nicht schade ist. Puzzle haben wir ja alle gemacht. Aber ich will jetzt hier nicht überall nochmal rumlatschen, um... um die Dings zu finden. Weil das gerade eben... Das war so... Hier noch irgendwas? Das war so... Och, nee. So, hier... Ist doch... Oder? Ah, okay. Gut, das ist der letzte, den wir noch befreien müssen. Glaub ich jetzt einfach mal. Und Gott sei Dank ging Kampf wie gerade eben... Ne, nochmal so eine Kacke, dass wir ja... Es ist fast Mitternacht. Okay. Lauf mit dir. Sofort. Das ist für Pädo, Alter. Aber so wie es aussieht, können wir jetzt hoch. Schön. Äh. Gehe ich nochmal schnell speichern und dann... Ab nach oben, wa? Was? Äh. Äh. Scheiße, warum ist der... Sprecherröppchen zu? Äh, äh. Ih. Ja, na, äh. Ja. Okay. Äh. Oh nein. Ähm, warte, warte. Scheiß, wo... Wo geht's denn hier nach oben? Geht's hier nach oben? Ich glaub nicht, ne? Ich bin in der Sackgasse. Wo kommt die Mucke von... Ja, ne, ja, klar. Ja. Ja. Was soll die Mucke? Also ich weiß, manche mögen das ja und so, aber meinst du halt überhaupt nicht und ich find, das passt hier auch nicht wirklich rein. Also meiner Meinung nach. Aber, ja, gut. Äh. Okay. Okay. Sollte... Äh, warte mal. Jetzt hab ich die komische Kette. Äh. Nach oben. Scheiße, Oren. Ne, warte mal. Hier bin ich falsch. Hier bin ich, glaub ich, falsch. Äh. Äh, ja genau, das war hier. Okay, ich bin anscheinend schon mal irgendwie den richtigen Weg gegangen. Ich bin dann aber nach... Ich muss dann nach links gehen, nicht nach rechts. Ich muss mal... Mal gucken. So, einmal rein. Zettel darf ich da hinten nicht vergessen. Ich weiß, ich hab trotzdem nicht alle, aber... Okay, den Schrecken hat noch nichts. Ich geh mal kurz hier hinten hin. Einfach bloß, um das Ding da auch mal zu holen. Weil wenn das schon so kacke versteckt ist, wer weiß, wo die anderen sind. Also, pff. So groß ist das Haus zwar nicht, aber ich will jetzt hier... Ihr könnt's vielleicht verstehen. Ne? Weil wenn ich mal überlege, wenn das jetzt wieder so eine Kacke sein sollte, wie gerade eben, wo ich alles richtig machen muss, denke ich mal in dem Fall, oder einen richtigen Weg gehen muss, dann kann das halt wieder über lange dauern. Es ist fast mitternacht. Ja. Hör auf mit dir. Hör die Fresse. So vor. Okay. Gut. Mal gucken. Vielleicht hab ich auch Glück. Ich hab ja Gott sei Dank jetzt eine Aufnahmepause gemacht. Also bin ich wieder ein bisschen fitter. Da kann ich mir hoffentlich das Ganze merken. Okay, hier war's geradeaus. Hier kam die von der Seite. Da kann ich ihn checken. Da bin ich nicht durch. Einmal rüber. Einmal ausweichen. Da kommt die alte. Ah. Okay, hier nach. Nein. Nein, das war... Ah, scheiße, war wieder der falsche Raum. Ähm. Kann ich überhaupt noch irgendwo hin? Wo bin ich denn jetzt theoretisch? Äh. Warte, 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 warte. Bei der 11 sind wir rausgekommen. Da sind wir durch die 4. Durch die 12 mussten wir. Scheiße, ich hätte einfach weiter geradeaus gehen sollen, ne? Durch die 8 dann durch und dann kommen wir die Treppe hoch. Äh. Nein, ich war doch richtig... Ich war doch... Mach die Kackmucke aus, ey. Wer ich so hoch die Uhr gucke... Ich glaube nicht, dass das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, stimmt. Vor wegen, das ist die letzte Folge. Ich weiß nicht, wie ich geschnitten habe. Ihr werdet es ja jetzt gesehen haben. Vielleicht bei der alten. Kommt drauf an, wie lange ich es hierfür brauche. Wahrscheinlich bei der alten im Endkampf. Irgendwann zwischendurch oder so. Äh, warte. Ne, das war hier raus. Und dass der... Dass der Pinsel hier Ewigkeit nicht rennen kann. So, jetzt muss ich... Wenn ich dann da durchgehe, ich muss gleich geradeaus. Weil da kam uns noch was entgegengeflogen. Also ich schätze mal, wir sind da richtig. Und dann kommen wir endlich hoch, weil... Einen anderen Weg gibt es nicht. Hallo? Danke. Maria? Ja, Maria ist nicht da. Entschuldigung. Alter, ist das doch... Okay. Schnell den Zettel da mitgenommen. Den siehst du halt auch gar nicht, ne? So, Typ hier. Das nervige ist auch, man muss das auch... Ständig das nochmal machen. Lass mich doch wenigstens bis zum Speicherraum. Und lass mich das speichern. Und dann geht's los. Mit der eigentlichen Jagd. Durchs komplette Haus nochmal irgendwie. Auch wenn das ein bisschen eine Minute dauert. Aber wenn du das fünfmal halt machen musst, ist das halt... So, ganz stillig. So. Ausgewicht. Ja, ja. Gucken, ob es wieder X ist. Ja, ist es. Ah, nochmal X. Okay. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Nach links. Ausweichen. Okay, es ging. Den Weg könnte man leicht merken. Ich merke aber trotzdem. Hä, willst du... Ich wollte gerade sagen, Alter. Willst du mich verarschen? Ich bin rausgelegt. Ich hab rechtzeitig gedrückt. Das ist jetzt nicht dein Scheißernst, oder? Spiel. What the fuck war das? Okay, ich probiere das jetzt noch einmal. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann schneide ich da meinen finalen Durchlauf rein. Aber was war denn das? Ich bin dem Fisch ausgewichen. Der hat mich angegriffen. Ich hatte die Möglichkeit zu kottern. Hab das bis zum Ende durchgezogen. Der hat mich trotzdem kalt gemacht. Was ist das so ein Geier? Und wir waren schon fast oben, Alter. Das war vielleicht doch... Wie Peter oder so. Okay. Wie gesagt, noch einmal und dann... Nein, deine Maria ist nicht da. Junge, der hat schon nach Hause gehen können, die Maria ist toll. Jetzt die ganze Scheiße ist doch spart. Weißt du, der hat so viel Scheiße in ihrem Haus schon gesehen und von dem erschrickt er oder was? Äh, ja toll, Theatergruppe ist erste Sahne. Hier hast du deine Scheiße wieder. Sorry, aber... Besonders nach dem letzten Kackkampf wurde da ewig schon, ne? Dann jetzt hier nochmal sowas. Und dann nochmal 5000 Mal das Ritual hier durchführen muss. Und ja, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber trotzdem. Halt die Fresse. Wenigstens lässt sich der Weg hier leicht merken. Darf halt bloß gehen... Boah, bloß gehen Fehler machen. Nicht in die Alte reinlaufen. Ja, hier durch, dann mal aus, dann links ausweichen, dann Poltarts und dann am Aussprechen. Fiese Taste. Ja, ja, nämlich auch. Willst du mich verarschen? Ich hab das ja wohl hingekriegt. Ich bin dem Kacken verarsen ausgewichen. Boah, geht doch. Komm ich jetzt hier durch? Scheiße. Okay, hier ist Licht. Okay, schöne Mucke. Aber... Ist das jetzt das... Also ja, es ist das Ende, aber... Mir fehlt da noch irgendwas. Wo ist sie jetzt? Mach hier. Und selbst hier kann ich bloß... Toll. Gesammeldokumente 75. Juhu. Hä? Du bist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 will das Spiel mich jetzt verarschen? Und dann noch 2P Continued? Also war es so gesehen der erste Teil? Ey, Leute. Das Ding war, eigentlich hatte ich mich irgendwie drauf gefolgt, weil der Anfang, die Sprachausgabe war halt ein bisschen komisch, aber ist ja egal. Von den Räumen her fand ich es eigentlich cool, der Anfang war auch so vielversprechend gewesen und ja, dass so ein Rätsel kommen, okay, aber die meisten Rätsel bis auf das, bis halt auf das Ene wurde hier, das mit den Karten ganz am Ende, wo ich dann halt nachgeguckt habe, waren eigentlich auch ganz cool. Die Geister an sich auch, aber ich habe halt gedacht, das wäre eher auf Atmosphäre getrimmt, so kam es ja am Anfang auch vor, anstatt man die ganze Zeit mehr oder weniger gejagt wird. Das ist, also da hätte ich mir echt lieber gewünscht, dass man ab und zu vielleicht bloß mal einen Geist sieht oder bloß ein, zweimal irgendwie gejagt wird, weißt du, mit Quick-Time-Events, okay. Ansonsten vielleicht irgendwie bloß schön mit Geräuschen arbeiten, dass du eine gute Atmosphäre hast und dann mal da irgendwas knacken und da könnte irgendwie was kommen, weißt du, das ist halt die ganze Zeit das Gefühl, dass du wirst verfolgt, aber du wirst nicht wirklich verfolgt. Einfach, also zumindest funktioniert das bei mir besser. Das hat dem Spiel, also meiner Meinung nach, dem Spiel wesentlich besser getan. War ja richtig gut getan eigentlich. Und auch der Endkampf, also das letzte Quick-Time-Event war okay, da konnte man sich die Strecke eigentlich gut merken, aber der letzte Endkampf gegen die Olle, der war halt auch so nervig. Und ein voll unbefriedigendes Ende, wo ich die Story jetzt auch nicht so wirklich kapiert habe, vielleicht musste man einen Zettel finden, was mit der ganzen Familie hier passiert ist oder dem, naja, ist ja nicht, in der Familie sind da Haufen Bedienstete dabei und so. Ja, also am Ende war halt echt... Da hätte viel mehr, also... Da hätte viel mehr draus machen können. Weißt du, viel... Mehr auf Atmosphäre arbeiten, vielleicht ab und zu mal Jumpscare reinbauen, dass man so drinnen bleibt. Für Rätseln wäre ja alles okay gewesen, aber halt Rätsel lösen, während du verfolgt wirst von jemandem, der dich one-hitted ist... Kacke. Sorry, es ist echt kacke. Und es gibt dann auf dem zweiten Teil und normalerweise mache ich es ja so, dass ich mal den zweiten Teil spiele, wird... Es wird bei dem Spiel wahrscheinlich auch so sein, aber... Darauf freuen werde ich mich, glaube ich, nicht, wenn die dasselbe Prinzip hier durchführen. Ist schwierig. Und was mich natürlich auch ankotzt, dass ich das Spiel jetzt zweimal habe. Was ich am Anfang sagte. Na gut, also viel mehr will ich eigentlich auch zu Paper Dolls jetzt nicht sagen. Es ist leider ziemlich enttäuschend gewesen. Es sah am Anfang sehr vielversprechend aus, aber... Ja. Und ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen an die Piste reagieren, hätte ich das jetzt in einem Rutsch gerade das Ende noch aufgenommen. Ich habe ja zwischendurch mal noch eine halbe Stunde Pause, um mal wieder runter zu gucken. Weil es war halt echt voll nervig. Aber... Na gut, mal gucken. Äh, morgen... Ich muss erst mal gucken, was morgen für ein Horrorspiel kommt, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ihr werdet es ja sehen. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Äh, ja. Und bis morgen, ne? Ciao, ciao.